Du möchtest auch so gerne eigene Blausmusik-Kompositionen schreiben, aber irgendwie hast du überhaupt keine Zeit dafür. Wenn man mal in eine Partitur oder in eine Direktionsstimme schaut, dann kann man natürlich durchaus den Eindruck gewinnen, dass das Komponieren und Arrangieren ein hochkomplexes System ist. Denn wenn man mal von unten nach oben anfängt, also Schlagzeug, Tuben, Posaunen, da vor allen Dingen bei Tuben und Posaunen die richtigen Harmonien zu finden, dann Tenoren und Flügelhorn, die Melodien und Nebenmelodien, die im besten Fall irgendwie ineinander verwoben sind, dann kommt ja die Trompete mit scharfen Signalen und dann ganz oben noch das Holzregister mit Einwürfen und auch Nebenmelodien, die also diesen orchestralen Klang dann quasi so vollenden sollen. Da kann man durchaus schnell mal denken, dass das hochkompliziert ist und wahnsinnig komplex ist. Noch dazu ist früher ja auch keine technische Unterstützung gab, sondern man da wirklich die Noten noch mit Bleistift aufs Papier bringen musste, was natürlich massiv Zeit kostet und sehr aufwendig war. Heute haben wir natürlich diese technische Unterstützung in Form von Notenschreibprogrammen und auch MIDI-Keyboards. Also man muss ja heutzutage nicht mal zwangsläufig noch die Melodie über die Tastatur oder über die Maus eingeben, sondern man kann diese mit dem MIDI-Keyboard ohne Probleme auch einspielen. Und sind wir uns mal ehrlich, auch wenn es banal klingt, aber die Copy-and-Paste-Funktion ist natürlich auch sehr hilfreich und spart massiv Zeit, sodass man zum Beispiel bei den Posaunen ja wirklich nicht jeden Takt dann neu eingeben muss, sondern man kopiert einfach den vorausgegangenen und passt dann die Töne noch harmonisch an. Ja, und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, Ja, okay, gut, den Rhythmus, den kopiere ich mir hinter, aber die harmonische Gestaltung dieses Taktes, da dauert es dann wieder ewig, bis ich die richtigen Akkorde und Harmonien gefunden habe. Und da kann ich dich beruhigen, denn es gibt ja mittlerweile auch praxisorientierte Systeme und Methoden, die massiv Zeit sparen. Diese Methoden und Konzepte sind so aufgebaut, dass du sowohl als musikalischer Laie als auch als Fortgeschrittener damit arbeiten kannst. Du bekommst genau das, was du brauchst, dass du schnell und einfach vorankommst, ohne viel drumherum und teilweise sogar Schritt-für-Schritt-Anleitungen, dass du ganz zielgerichtet und eben schnell vorankommst. Möchtest du eines dieser digitalen Konzepte jetzt sofort kennenlernen, dann kann ich dir meinen Melodien-Komponieren-Workshop empfehlen. Dieser Workshop ist rein digital und lässt sich sowohl auf dem PC als auch auf den mobilen Endgeräten empfangen. Die Videos sind natürlich so aufbereitet, dass du ohne viel drumherum wirklich schnell zu deiner ersten eigenen Melodie kommen kannst. Komm dazu also mal auf melodie.melikus-akademie.de und sichere dir noch heute diesen Video-Workshop. Den Link zu diesem Workshop findest du auch unten in der Videobeschreibung. Musik Untertitelung. BR 2018